Herzlich willkommen. In diesem Video möchten wir Ihnen Ihren persönlichen Stundenplan sowie die Termin- und Kalenderfunktion im Jugustine-Webportal vorstellen. Jugustine erstellt Ihnen automatisch einen Stundenplan mit Ihren Lehrveranstaltungs- und Prüfungsterminen. Unter dem Menüpunkt Nachrichtentermine werden Ihnen zwei Tabellen angezeigt. Zum einen unter heutige Veranstaltung Ihre tagesaktuellen Termine und darunter Ihre ungelesenen Systemnachrichten. Über die Schaltfläche Stundenplan gelangen Sie zum Kalender der aktuellen Woche. Über die Schaltflächen oben rechts können Sie zwischen der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht wechseln und die aktuelle Ansicht ausdrucken. Im Kalender werden alle Einzeltermine von Lehrveranstaltungen, für die Sie angemeldet sind, sowie die dazugehörigen Prüfungstermine angezeigt. Die verschiedenen Terminarten sind farblich gekennzeichnet. Lehrveranstaltungen werden blau, Prüfungen rot und sonstige Veranstaltungen grau dargestellt. Kursive Schrift bedeutet, dass die Veranstaltungsanmeldung noch schwebend ist. Unter dem Menüpunkt Nachrichtentermine Kalender öffnet sich zunächst der Stundenplan des aktuellen Tages. Mit dem Pfeilschaltflächen gelangen Sie einen Tag vor oder zurück. Über Kalender diese Woche gelangen Sie in die aktuelle Wochenansicht des Stundenplans. Mit den Pfeilschaltflächen gelangen Sie eine Woche vor oder zurück. Über das Dropdown-Menü können Sie gezielt eine Kalenderwoche auswählen und Sie sich über die Schaltfläche Aktualisieren anzeigen lassen. Kalender Diesen Monat öffnet den Stundenplan des aktuellen Monats. Mit dem Pfeilschaltflächen gelangen Sie einen Monat vor oder zurück. Um sich Ihre Termine Wochen- oder Monatsweise als Datei im iCal-Format zu exportieren, um Sie dann in einen anderen Kalender zu übertragen, klicken Sie auf Kalender und dort auf den Menüpunkt Termine exportieren. Wählen Sie nun über die Dropdown-Menüs den Monat oder die Kalenderwoche aus, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Termine exportieren und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm. Eine Erläuterung zu Systemnachrichten und dem Nachrichtenarchiv finden Sie im Video Jugustine Systemnachrichten. Ausführliche Informationen zur Nutzung des Jugustine Webportals finden Sie in der Informationsbroschüre und auf unseren Infoseiten unter info.jugustine.uni-mainz.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.